Wenn du die Frage Open Everything gestellt bekommst, welche Fragen stellst du dir da? Für alles offen und nicht ganz dicht Fragezeichen. Was ist die Folge, wenn alles offen ist, wenn überall Zugriff drauf ist und gibt es dann auch noch Privatsphäre, Geheimnisse und andererseits? Was ist Überwachung? Kann auch Open Office, Open Source, kann das auch Überwachung bedeuten und Open Seeds? Was sind das für Folgen? Kann Open Source Überwachung bedeuten? Ich denke schon. Man kann alle Techniken, alle Geräte, alle Dinge nutzen, um halt auch zu überwachen. Es ist immer die Frage, wie Techniken, wie gesellschaftliche Prozesse genutzt werden, ob sie emanzipatorisch genutzt werden oder ob sie halt genutzt werden, um Leute zu disziplinieren und Menschen an der Selbstorganisation zu hindern. Was kann man dafür tun, damit dieses emanzipatorische Potenzial genutzt werden kann? Ich denke Transparenz hat eine ganz große Bedeutung und darüber hinaus die Diskussion und der Austausch mit möglichst viel, die Partizipation möglichst vieler Menschen an den jeweiligen Prozessen, sei es so Softwareentwicklung, wo nicht einzelne alleine entscheiden können und sollten, wohin Softwareentwicklung gehen kann oder auch im Saatgutbereich, wenn ich über Open Source Seeds, Open Source Saatgut rede, dass halt auch explizite Stellungnahmen gegen Eigentumsrechte sind und somit halt auch für ein breites Nutzen, ein breites gesellschaftliches Nutzen von Wissen, von Entwicklungen von Technologien und je mehr Menschen davon wissen und über die Folgen implizieren können, desto weniger können sie auch missbraucht werden. Wie kann das Open Source Prinzip im Saatgutbereich seine Anwendung finden? Was für Rahmenbedingungen braucht es da? Also prinzipiell muss ja im Saatgutbereich oder im Sortenbereich davon ausgegangen werden, dass wir Vielfalt erhalten müssen, neue Vielfalt schaffen müssen, um die Grundlagen unserer Ernährung zu erhalten. Und da glaube ich, dass es nicht über das Bestehende über Eigentumsrechte, geistige Eigentumsrechte wie Patente oder Sortenschutzrecht funktionieren kann. Und wir haben uns halt überlegt, welche andere Möglichkeiten der Saatgutzüchtung gibt es, die aber auch es ermöglicht, dass Leute davon leben können. Weil wir brauchen halt eine professionelle Züchtung. Und der erste Gedanke war, okay, es gibt das Open Source Prinzip im Softwarebereich, das kann man vielleicht übertragen auf den Saatgutbereich, wo dann eine Bedingung ist, dass jede neue Sorte, die gezüchtet wird unter diesem Prinzip, auch allen anderen zur Verfügung gestellt wird. Das heißt, nicht privatisiert wird, sondern allen zur Verfügung gestellt wird. Das Problem ist aber noch, dass natürlich Landwirtschaft und Sortenzüchtung, Pflanzenzüchtung schon seit Jahrtausenden funktioniert. Und wenn ich mir dort aus diesem genetischen Pool, der vorhanden ist, Sorteneigenschaften rauspicke, um neue Sorten zu züchten, auch wenn ich sie dann der Gesellschaft frei zur Verfügung stelle, bediene ich mich an etwas, was einer bestimmten Gesellschaft, einer Community gehört hat. Sei es eine Gruppe von Landwirten etc. Und die muss ich prinzipiell erst mal fragen, ob es möglich ist, das zu nutzen, weil das impliziert eine internationale politische Rahmensetzung über die bäuerlichen Rechte, über die sogenannten Farmers' Rights. Und deswegen ist es schwierig, dieses Open Source-Konzept eins zu eins aus dem Softwarebereich auf den Saatgutbereich zu übertragen, auch wenn wir das in unserem Paper, was wir letztes Jahr veröffentlicht haben, erst mal so als Frage aufgestellt haben.